Hallo, hallo, hallo. Welcome to the show. Heute sind wir in der Natur mit Reincarnation. Ich zeige euch ein paar Styles und ich zeige euch die Natur. So, für alle, die mich noch nicht kennen, stelle ich mich noch mal vor. Das ist übrigens mein guter Freund Barney. Er ist nicht so gern im Fernsehen, aber er gibt sich die beste Mühe. Mein Name ist Anja Heidingsfelder. Ich bin Inhaberin von zwei Slow Fashion Brands. Und jetzt folgt die Kamera wieder dir, Bruni. Inhaberin von zwei Slow Fashion Brands. Das eine ist ein Upcycling Brand. Von diesem stelle ich euch heute ein paar Kreationen in der Freya Natur vor. Ja, und Mode-Kuratorin Slow Fashion Kuratorin finde ich auch noch. Ich bin längst auf Don. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier seht ihr übrigens zwei Heidingsfelder Modelle. Wir sind aus der letzten, vorletzten Kollektion. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.